Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update Video. 65.000 US-Dollar traden wir momentan. Wir haben ein volatiles Wochenende hinter uns. Hat natürlich auch mit dieser ganzen Kriegsgeschichte, oder was heißt Krieg zu tun, Iran, Israel angegriffen. Dadurch deutlicher Damp nach unten hin. Das könnte aber diese Woche auch für Gold sehr, sehr interessant werden. Also schauen wir jetzt einfach mal, was heute so alles ansteht aus dem neuen Trade-Möglichkeiten, die wir natürlich auch mal im Blick behalten sollten. Wir werden uns Bitcoin angucken, wir werden uns Ethereum angucken, wir werden uns natürlich auch die traditionellen Märkte und auch Forex angucken, wie immer. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst. Und bevor wir starten, gerne dem Video schon mal ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet, wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Kanal noch ein bisschen unterstützen wollt und auch noch eine neue Börse sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort kriegt ihr weiterhin bis zu 5.150 Dollar an Boni, wenn ihr gewisse Sachen natürlich auch abschließt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 65.000 US-Dollar. Und wir haben am Freitag darüber gesprochen, wie wichtig hier oben dieser Preisbereich ist, um die 71.000 US-Dollar. Ich weiß nicht, was ich noch daran erinnern kann. Aber ich habe gesagt, so lange wir kein Close hier über 71.300 US-Dollar mit einem 4-Stunden-Close kriegen, sieht das Ganze nicht wirklich gut aus. Wir haben immer nur diese Wigs gesehen, aber wir hatten keinen 4-Stunden-Close über diesen Widerstand. Und daraufhin ging dann die ganze, ja, in Anführungszeichen News-Geschichte los. Kurz vorm Halving doch nochmal irgendwelche News rausgehauen, beziehungsweise mit Iran und Israel, was ich ja eben gesagt habe. Und der Markt ist innerhalb von Stunden dann mal um 13% eingebrochen. Wir waren sogar ein bisschen mehr, wir waren ja kurzfristig sogar mal unter 60.000. Also wir waren so bei knapp 59.600 US-Dollar, also 15% Einbruch. Ganz normale Korrektur, würde ich immer noch sagen. Und was man vielleicht auch daran vergisst, nur weil wir jetzt so einen, in Anführungszeichen, größeren Dump hatten. Und jeder jetzt wieder schreibt, oh nein, das war es jetzt für immer und ewig. Natürlich, es hat sich range-technisch überhaupt nichts getan. Natürlich, wir haben unser Symmetrical Triangle das erste Mal verloren. Ich lasse es bewusst noch drin, werde ich gleich nochmal was dazu sagen. Aber grundsätzlich ist immer noch diese Range hier die wichtige, die hat sich ein bisschen verschoben. So, diese Range hier ist die wichtige. Und hier oben gilt dann eben das Gleiche mit eben diesen Widerständen. Wir hatten immer wieder hier oben diesen Preisbereich, wo wir nicht drüber gekommen sind. Und das waren eben diese 71.300 bis 71.000 US-Dollar, so grob jetzt einfach mal. Plus hier unten unsere Bereiche um 61.300 bis knapp 60.000 US-Dollar. Und das ist die Range, die immer noch gilt. Daran hat sich überhaupt nichts getan. Es war eine normale Korrektur. Wenn wir uns die Funding Rates jetzt einfach mal ganz gut angucken, sehen wir, die waren kurzfristig sogar negativ. Mittlerweile ist alles resettet, was ich so gelesen habe. 700 Millionen wurden liquidiert. Das wurde das komplette Open Interest auch erst einmal rausgekriegelt. Und auch das können wir uns mal ganz kurz bei Coinglass hier mal ganz kurz angucken. Wenn es denn lädt, dass das Open Interest auch deutlich, deutlich nach unten hingefallen ist. Also da sehen wir es extrem. Wir sehen den Kursverlauf und wir sehen dann aber auch, wo das Open Interest ist. Und das ist deutlich zurückgegangen. Also eine saubere Korrektur, die alle Hebel jetzt erst einmal rausgespült hat. Wir haben normale Fundings, wir haben das Open Interest rausgespült. Und was mich noch so leicht bedrückt, und das ist eben dieser kleine Wig hier unten, der größere Wig hier unten, den wir hier bei 59.800 US-Dollar haben. Also bei unserem Tief, wenn wir uns das mal im 1-Stunden-Timeframe ansehen, ist es jetzt kein Mords-Wig. Aber wir haben so die Größenverhältnisse von da drüben. Also ich würde es jetzt momentan noch nicht abschreiben, dass wir hier nicht doch nochmal kurzfristig runtergehen in Richtung 58.000 US-Dollar. Und jetzt kommen wir dazu, warum ich eben noch das Symmetrical Triangle nochmal drinnen gelassen habe. Hat einfach den Aspekt, sollten wir hier einen Retest kriegen. Und es würde sehr, sehr gut passen, auch mit dieser Supply-Zone, die wir hier bei 67.000 bzw. 68.000 US-Dollar hier oben drin haben. Sollten wir hier den Retest reinbekommen, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir eben hier nochmal runtergehen in Richtung 58.000 US-Dollar oder knapp 59.000 US-Dollar, um den Wig zu füllen, um auch möglicherweise die Liquidität, die ihr hier drüben seht, ah, die seht ihr gerade nicht, warte mal, ich muss das ein bisschen weiter rüberschieben. So, jetzt müsstet ihr es sehen, ich zoome mal so ein bisschen rüber. So, damit wir diese Liquidität, die hier drüben noch liegt, möglicherweise, also genau hier runter bis 58.000 US-Dollar, knapp 59.000 US-Dollar, dass wir die nochmal holen und dann möglicherweise in Richtung All-Time-High gehen. Man muss dazu sagen, wir haben das Halving diese Woche, wenn ich mich jetzt nicht verteile, ich glaube in vier Tagen müsste das Halving sein. Nein, es kommt auch noch dazu, möglicherweise und wir haben heute auch noch die Hongkong-ETFs, die auch noch zugelassen, also Bitcoin-Spot-ETFs in Hongkong, die jetzt ziemlich gleich einkaufen können, wie die ganzen ETFs in den USA. Wenn wir das mal so vergleichen, also ETFs, natürlich hier die Rumors und so, ETF-Start, bla bla bla, alles schön und gut, aber an sich bewegen wir uns jetzt seit Ende Februar wirklich in einer Range, das heißt seit eineinhalb Monaten in einer Range, zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar, wo die ganze Zeit akkumuliert wird mit natürlich neuen All-Time-High, aber grundlegend hat auch jetzt dieser 15%-Dump erst einmal nichts geändert. Würde ich das Ganze shorten, kommt ganz darauf an, wie wir uns hier oben eben bei 67.100 bis knapp 68.000 US-Dollar verhalten. Wir haben hier oben den Pivot, wir haben hier oben den Supply plus noch die Ineffizienz, die gefüllt werden sollte, also wir haben hier mehrere Punkte, auf die es dann heute im Laufe des Tages ankommt. Und außerdem natürlich auch noch die Spot-ETFs, da müssen wir auch nochmal gucken, ob es sich überhaupt lohnt zu shorten. Ansonsten wären für mich die nächsten Long-Einstiege, hier unten zwischen 59.000 und 58.200 US-Dollar plus auch weitere Spot-Einstiege, wobei ich sagen muss, ich habe hier unten an der Unterkante auch schon die ersten Käufe, beziehungsweise hier unten in diesen Ranges auch die ersten Käufe schon wieder bei BTC getätigt. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum hat es auch ordentlich getroffen, ist auch unter unsere Range gefallen, kurzfristig, aber wir sind immer noch auch hier weiterhin in unserer, sage ich mal, eher Downtrend-Box oder Linie. Also hier muss man schon eher sagen, wir haben hier keine richtige Seitwärts-Akkumulation, sondern hier ist es für mich wirklich eher ein Downtrend, weil wir keine höheren Hochs mehr dann gebildet haben im Gegensatz zu Bitcoin. Also hier sieht das Ganze schon ein bisschen bearischer aus, muss man fairerweise so sagen, aber hier sehe ich auch momentan keine wirkliche Trade-Möglichkeit. Man könnte hier, wenn man es darauf anlegt, ein ganz, ganz langgezogenes Falling-Redge, aber gefällt mir auch nicht wirklich. Also hier halte ich mich weiterhin komplett raus. Ethereum-Chart, technisch absolut für mich uninteressant. Buy-technisch, momentan hier würde ich sagen, ist weiterhin die erste Buy-Zone, wo man reingehen könnte. Die zweite liegt dann für mich auch persönlich, sollte ich da jemals wieder reingehen, bei 2.500 US-Dollar. Ihr wisst, ich bin momentan nicht in Ethereum investiert, für mich wird es wirklich erst hier unten bei 2.500 beziehungsweise 2.000 US-Dollar. Und wirklich interessant, sollten wir überhaupt da nochmal hingehen, ansonsten ist es mir jetzt auch völlig Wurst. Gehen wir mal ganz kurz noch so auf den allgemeinen Altcoin-Markt so ein bisschen zu. Also was ist so generell passiert? Man muss jetzt sagen, es hat sich einiges getan und einiges positiv. XRP beispielsweise, 0,42 US-Dollar-Cent, monatelang gecallt, wurde endlich gehittet mit diesem langen Wig. Wir haben jetzt auch einen langen Wig hinterlassen, gut möglich, dass wir hier auch nochmal einen doppelten Boden finden, aber Buy-Zone, 0,42 US-Dollar-Cent, erster Mal gehittet, plus hier auch, sage ich mal, diese kleine Ineffizienz auch noch. Also XRP, absolut top, abgeholt. So, gehen wir rüber zu Polkadot. Polkadot, da müssen wir das FIP-Level ein bisschen noch verziehen, das war noch das alte FIP-Level. Golden Pocket, erst einmal gehalten, Wig nach unten, Ineffizienzen, perfekt gefüllt. Auch gut, schauen wir uns Chainlink an, Chainlink auch, grüne Box, Retest, 11, 12 Dollar, perfekt, wieder in die Retest-Zone. Also, und das Spiel könnt ihr bei sehr, sehr vielen Altcoins momentan machen. Guckt euch einfach mal die Altcoins an, guckt euch auch möglicherweise mal die alten Altcoin-Videos von mir an. Einfach nur so als Tipp, das sind Dinger, wo wir monatelang gesprochen haben, dass da früher oder später mal ein Retest kommen sollte. Und der ist jetzt gekommen. Das sind solche Chancen, die sollte man halt auch nutzen. Und nicht den ganzen FOMO-Youtubern hinterherlaufen, die sagen hier oben, ja weitere 4000% für Chainlink, wenn du jetzt kommst, die letzte Chance und was ist passiert. Nur mal so am Rande 50% Korrektur. Also, man muss extrem aufpassen, nicht in FOMO zu verfallen. Vielleicht werde ich mich wirklich mal, weil es letzte Woche schon gewünscht ist, nochmal ein Kurzvideo machen mit mehreren Altcoins, um euch nochmal Einstiege möglicherweise zu geben. Aber ansonsten halte ich mich von dieser ganzen Altcoin-FOMO-Geschichte erst einmal komplett raus. Wir haben alles besprochen. Früher oder später kommt der Markt dahin, wo er hin soll. Und genau das ist jetzt passiert, vor allem bei den Altcoins extrem, dass wir eben überall diese Retest-Zonen auch erreicht haben. Schauen wir mal noch, ECP, wie sieht es da aus. Hier nur minimal verfehlt. Also hier haben wir noch ein bisschen Puffer bis knapp 10 Dollar nach unten. Aber an sich, ihr könnt es bei sehr, sehr vielen Altcoins einfach machen. Guckt euch das einfach mal an. Guckt euch die alten Videos an. Die Retests sind meistens erfolgt ohne irgendwelche FOMO 5.000%, 4.000%, wenn du hier einsteigst und sowas. Prognosen. Kleiner Seitenhieb ist mir aber ehrlich gesagt gerade völlig Wurst, weil mich befriedigt es gerade innerlich. So, ansonsten gehen wir mal rüber zu Gold. Gold hat ein Extrem, vor allem PAXG, also dieses Pax Gold, wo man auch am Wochenende kaufen kann, hat einen Extremschub auf 3.300 Dollar bekommen. Also sehr, sehr heftig. Wenn wir uns das heute mal angucken, also Goldkurs, natürlich es gab diesen Push hier in Richtung 2.431 US-Dollar. Ich würde gerade komplett abraten, das Ding zu shorten. Plan war ja eigentlich hier so in 2.400 US-Dollar-Region zu shorten. Ich lasse es jetzt, ich lasse die Finger von Gold jetzt erst einmal. Diese ganze Iran-Israel-Geschichte, wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt. Letzte Woche hat Goldman Sachs, glaube ich, noch gesagt, 2.700 US-Dollar-Gold-Prognose und sowas. Muss man schon sagen, ist jetzt keine Verschwörungstheorie, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt schon sehr, sehr viele Zufälle auch im Kryptomarkt und nicht nur im Kryptomarkt, sondern auch im Goldmarkt. Also ihr wisst auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, so in der Art. Ich lasse jetzt erst einmal noch die ersten ein, zwei Tage noch mal ein bisschen die Finger von Gold, was ich als Retest natürlich sehr, sehr gut anbieten würde. Wir haben hier natürlich einen starken Pump noch mal hier hoch eben in diese Zone bekommen. Sollten wir hier in den Bereich noch mal 2.400 US-Dollar gehen und hier ein bisschen Struggle reinkriegen und sich die Nahost-Geschichte nicht wirklich zuschärfen, probieren wir noch mal den Short. Plus wir werden wahrscheinlich auch die Long-Position dann erst einmal schließen und dann irgendwann mit einem Hedge-Long neu reingehen. Also das ist jetzt der Plan. Heute wahrscheinlich erst einmal nichts machen. Ansonsten warten wir ab. So, gehen wir rüber zum Euro-US-Dollar. Da hat sich noch mal einiges getan. So als kleiner Tipp, ich werde jetzt auf jeden Fall die Short-Position schließen. Also nachdem wir die verdoppelt haben, ihr könnt jetzt die Position zumachen. Das heißt, wir sind, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir sind hier oben reingegangen. Die sollte sich für alle sogar mit der Verdopplung 3% mal kurz und Forex macht man mit größeren Hebel sehr, sehr gut gelohnt haben. Im Plan war ja letzte Woche Freitag noch, das habe ich euch ja noch im Video gesagt, dass hier die Zone eine Möglichkeit wäre grundsätzlich. Warum bin ich nicht rein? Weil es erstens komplett durchgefallen ist und sich nichts getan hat. Aber was sich jetzt heute noch ergeben könnte, wäre eine neue Long-Position. Und zwar hier unten in dem Bereich der 1,063 Euro. Wir haben hier einerseits den Pivot, wir haben Ineffizienzen gefüllt. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr lukrative mögliche neue Einstiege, die zumindest für eine kurzfristige Erholung ja gut geeignet wären. Weil wenn wir uns jetzt mal ganz kurz auf das FIP-Level ziehen, so von oben bis nach unten, zumindest mal ein Pump so in die Region um 1,079 Euro, bevor es dann weiter tiefer geht. Ich glaube, das mit Euro könnte sich noch ein bisschen länger so verschärfen. Wir hatten auch in der Gruppe schon das Thema, also dass wir möglicherweise hier in Richtung 1,04 Euro oder sogar in Richtung Parität in Richtung 1,01 runtergehen. Wird sich zeigen. Längerfristig gehe ich momentan eher sogar davon aus, dass wir Richtung 1,04 Euro gehen. Lohnt sich dann aber auch für alle, die viel USD-Tether halten, da dann auch mal ein bisschen USD-Tether zu verkaufen in Euro, weil man dann, wie gesagt, einen besseren Wechselkurs etc. pp hat. So, gehen wir mal rüber zu den Stockmärkten. Da wurde ja am Samstag noch das große Blutbad versprochen, auch in einigen Gruppen. Ihr seht, die Futures sind absolut normal. Natürlich gab es einen leichten Abverkauf, aber alles gut. Es hat sich alles am Wochenende ein bisschen beruhigt. Wie gesagt, die Märkte auch Erholung. Auch hier lasse ich erst einmal ein bisschen die Finger davon. Wir haben hier weiterhin einen Downtrend. Wir bilden tiefere Tiefs, auch auf 4 Stunden Close-Basis. Wir bilden tiefere Hochs. Das heißt, hier hat sich erst einmal so ein kleiner Trendkanal eingeschlichen. Wird sich zeigen, wie sich das jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen weiter abbildet. Und heute würde ich nichts machen. Wie gesagt, Montag sowieso oft False-Move-Monday. Lasst die Finger davon. Beobachtet vielleicht ein bisschen Märkte. Forex können wir uns überlegen. Bitcoin wird interessant. Ansonsten deckt euch ein bisschen vielleicht zumindest so ein Teil mit Altcoins an. 25 bis 50 Prozent, wenn ihr nachkaufen wollt. Bis ihr eure Positionsgröße, die ihr euch wünscht, erreicht habt. Könnte sich lohnen. Aber wie gesagt, jetzt nicht alles einfach blind reinkaufen. Immer ein bisschen mit Plan dahinter. 50 Prozent. Und sollten wir nochmal so einen fetten Dampf kriegen. Vielleicht sogar Bitcoin Richtung 50K oder 40K. Dass ihr dann eure nächsten 50 Prozent investiert. Das nur von meiner Seite. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Like da lassen. Abo da lassen. Telegram-Gruppe join. Und ja, dann schönen erfolgreichen Start in den Montag. Bis dahin. Ciao und wie immer. Stay Crypto.